Hallo die Leute, wir machen heute weiter mit dem zweiten Teil von unserer Capoeira Lernvideoreihe. Heute müsstet ihr euch vorher ein bisschen warm machen, damit ihr euch nicht zerrt. Also es geht halt um die Weibungsrelatur. Ich zeige euch mal die Bewegung, um die es heute geht. Und zwar, ihr kennt die Jinga aus dem ersten Video. Und heute kommt der erste Angriff dazu. Der heißt auf phrasianisch Meer Lua, auf deutsch so viel wie Halbmond oder Halbmondzirkel. Sieht folgendermaßen aus. Und auch immer von der Seite. Und nochmal langsam. Also, ihr kommt aus der Position Jinga raus. Mitte, nehmt den Schwung mit rüber. Das ausgestreckte Bein macht einen Halbkreis in der Luft. Setzt das Bein wieder ab. Nochmal langsam. Aufsetzen. Schwung mitnehmen. Halbkreis zeichnen in der Luft. Und wieder zurück. Am Anfang gern auch wirklich flach über dem Boden. Ist nicht so anstrengend. Geht auch viel einfacher. Okay. Alles klar? Probiert einfach mal aus. Ich würde, da meine bewältigt werden. Ich glaube, derzeit gut initiatives ist. Ich danke dir. Getscheid 안방ägger in der Luftraum. Und sind schwer aufwandpp перед Ich goes troll und nichtsц snapshot ist. Es militar sein. Bein Teilvlus體 ist scheinлючreich. Es ist eine Verbindung mit der Luftraum,